In diesem Experiment sollt ihr mithilfe eines Lineals unterschiedlich hohe Töne erzeugen. Wichtig ist, dass nur eine Gruppe an einem Tisch experimentiert und sich auf diesem Tisch nichts befindet. Drückt mit einer Hand fest auf das Lineal auf Höhe der Tischkante und bringt das freie Ende mit einer zweiten Hand zum Schwingen. Um unterschiedlich hohe Töne zu erzeugen, braucht ihr nur die Länge des Überstandes zu verändern. Das Lineal ist umgeben von ganz vielen kleinen, unsichtbaren Luftteilchen. Niemand kennt das wirkliche Aussehen dieser Teilchen. Um sich diese Teilchen jedoch vorstellen zu können, werden diese in der Animation mithilfe kleiner grauer Kugeln dargestellt. Die Luftteilchen sind niemals in Ruhe und stoßen ständig gegeneinander. Um jedoch erkennen zu können, was passiert, wenn das Lineal hin und her schwingt, betrachten wir einmal einen stark vereinfachten Ausschnitt dieser Luftteilchen. Zunächst liegt das Lineal so auf dem Tisch, dass ein langes Stück übersteht. Lenkt man das Lineal aus, so schwingt das Lineal relativ langsam hin und her und stößt die umgebenden Luftteilchen langsam an. Diese relativ langsamen Schwingungen übertragen sich dann auf unser Trommelfell im Ohr und wir nehmen einen tiefen Klang wahr. Nun legt man das Lineal so auf den Tisch, dass nur ein kurzes Stück übersteht. Lenkt man das Lineal aus, so schwingt das Lineal relativ schnell hin und her und stößt die umgebenden Luftteilchen schnell an. Auch diese relativ schnellen Schwingungen werden auf das Trommelfell übertragen und wir hören einen hohen Klang. Schauen wir uns dieses noch einmal im direkten Vergleich an. Man erkennt deutlich, dass das Lineal mit dem kürzeren Überstand schneller hin und her schwingt. Eine langsame Schwingung bedeutet einen tiefen Klang und eine schnellere Schwingung bedeutet einen höheren Klang. Anschluss Vielen Dank.